Ich glaube fest daran, dass diese Häuser hier unsere finanziellen Möglichkeiten übersteigen. Das ist wunderschön. Oh, das ist ein unglaubliches Haus. Sie werden es lieben. Heilige Scheiße. Ist das ein Angebot, das man nur einmal im Leben kriegt? Wo ist der Haken? Ein Mord. Ein Bitte was? Dort drin. Bei den Opfern handelt es sich um den Autohändler Ronald DeVing und seine Frau und vier ihrer Kinder. Na ja, Häuser ermorden keine Menschen. Mit wem redest du? Jodie. George, bist du da unten? Komm wieder ins Bett. Ich kann nicht schlafen. Töte sie. Es gab hier meine Familie. Die hatten ein ähnliches Problem. Ich wohne in ihrem Haus. Töte sie. Töte sie. Töte sie. Töte sie. Töte sie.